Herzlich Willkommen zu einem weiteren Blog-Eintrag zu Rocky Das Musical. Mein Name ist Nathalie Strauss und zunächst löse ich erstmal die Frage auf, die ich letzte Woche gestellt habe. Da wollte ich von Ihnen wissen, wie viel Kilo die Kettlebell, also dieses runde gelbe Gewicht mit dem Griff dran, wie viel dieses Gewicht gewogen hat. Es waren 16 Kilo, den Gewinner sehen Sie oben im Text. Und ich habe eben meine E-Mails mal durchgekramt und habe gesehen, dass Drew mir eine Videobotschaft geschickt hat. Die möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, deswegen gucken wir da einfach mal rein. Es ist 8 Uhr morgens an einem wunderschönen Montag hier in Wien und ich bin auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ich gehe zu Fuß und mein Precht, wenn er zu Fuß geht, nix dort, Taxi, nix dort, U-Bahn, zu Fuß, gehe ich zum CrossFit Vienna, wo die Jungs auf mich warten und ich werde die nächsten eineinhalb, zwei Stunden schwitzen und leiden und fluchen. Also hier sind wir, CrossFit Vienna. Jetzt kann es hier wohl heftig gehen. Eins, zwei, schön unten reinsetzen. Drei, vier, komm, tief reinsetzen, Drew. Fünf, noch drei, sechs, noch zwei, sieben und noch eine und acht. Klasse. Komm, explosiv. Schön. Mehr zum Bauch ziehen. Zum Bauch, zum Bauch, zum Bauch. Also mein Workout ist fertig. Ich kann kaum gehen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zum Supermarkt. Ich brauche mir ein bisschen Milch für meinen Proteinshake. Und dann gehe ich ordentlich essen. Also ich muss essen, 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 essen. Zum ersten Mal meines ganzen Lebens darf ich so viel essen, wie ich will. Geil. Okay. Ja, wir sehen uns schon später. Tschüss. Du, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Appetit. Isst was für mich mit. Ich bin nämlich gerade auf Diät. Und 45 Kilo stemmt der Mann. Boah. Ich freue mich, ob ich das auch kann. Ich glaube, ich fahre einfach mal in die Käfer-Lotto und ich probiere es aus. Ja, na gut. Vielleicht habe ich ein kleines bisschen geschummelt. Aber mal ganz im Ernst. Ersten Mann. Und er trainiert auch ganz viel. Und ja, was soll's. Naja. Außerdem kann ja auch nicht jeder so viel stemmen wie Drew. Kommen wir zur Frage, mit der Sie die Chance haben auf zwei Tickets für die Preview zu Rocky Das Musical. Sprich sogar mit zu den ersten, die es sehen werden. Wie viele Gewichte hatte ich denn auf der Stange? Hm? Vielleicht spulen Sie einfach nochmal zurück und gucken nach, richtig beantworten und die Tickets sichern. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal.